Hallo Leute, willkommen zurück zu Star Stable Online. So, jetzt fiel ich jetzt gleich nochmal das Goldblatt-Champion anstatt, find ich gut. So, wir helfen Karins weiter bei die verlorenen Geldversen. Jetzt brauche ich wieder deine Hilfeordnung. Kannst du uns helfen, Evas Geldversen zu finden, die sie verloren hat, als sie unsere geländische Strecke inspiziert hat? Eva ist unsere Wettbewerbsbeauftragte und sie würde sich sehr freuen, wenn jemand ihre Geldversen finden würde. Sie glaubt, dass sie im Wahrheit nördlich von unserer Koppel verloren hat. Als sie sie findet, gibt sie Evas zurück. Nördlich. Das ist dort lang. So, schauen wir mal. Den hat nicht der Koppel. So, Steine. Steine. Wollen wir mal Steine. Ich bin natürlich voll dagegen. Schätze, ich hab keinen Bock mehr. Ja. So. Hm, aber da haben wir schon mal nichts. Ich bin natürlich nicht. So, ich hab diesen. Das ist so, was ich. Wat? Wääh! Oh... Oh... Ja... Die sollte ohne ihn sein. Schauen wir noch einmal, vielleicht immer nur schlampig schlampig. Gibt's ja, die würde da ja irgendwo sein. Okay, braucht nichts. Hä? Ja. Ewa, wo ist deine? Lief doch her. Gibt's burscht, wenn ihr whatever. Mäh. ist er wo ich was Geld für Wasser finde. Gott, ich hab gar keine Ahnung wo die Finte hin. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht die sind so beknackte Goldförse. Nur wenn die Leute auf ihre Sachen aufpassen, kann er nicht. Äh, da stand ich muss sie suchen. Im G.H. Irgendwo hinter dem Kopf. Aber ich find nix. Kurz eins lockieren von meinem Kack. Von meinem Kakao nehmen. Hm. Ja. Welcher Busch? Da stehen viele Büsche. Der, der, der und der. Ah, bei dem kleinen Reitplatz. Äh? Nicht doof. Da. Und dann. Äh. So. 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 Wenn wir ihm weiterhelfen können. No, no, no. Ist die Wettbewerbung wunderbar? Weißt du was? Frag Eva, ob die Geländestrecke fertig ist. Sie ist noch nicht bei der Pflegeinspektion fertig, da sie nach ihrer Geldbewerb zu suchen möchte. Aber jetzt, wo sie sie gefunden hat, kann sie die Strecke sicherlich nutzen, wenn du sie fragst. Ist voll cool. Ja, also Otto, die Geländestrecke hat im Winter gut überstanden, aber sie muss auch immer fest zitiert werden, bevor sie sich öffnen kann. Wumumumumumumumumumum. Vielleicht müssen wir die Bahn für mich inspizieren. Es muss doch sicher sein, dass sie hinter den Seen in Ordnung sind. Kein Wohl auf den Bahn gehen. Ich habe die auf der Karte markiert, wo sich die hinter den Seen befinden. Fihender Falk! Okay... äh... Start ist ja irgendwie hier lang. So! Hier lang! Dann drüber. Hallo! Ähm. Hier. Autsch. Hier lang. Dann ruf hoch. Ähä. Hier runter. Dann ruf hoch. Ähä. Hier runter. Hepp. 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 Dann ruf hoch. Hepp. Dann hier rechts rum. Hepp. Dann hier rum. Dann hier rum. Nee. Hepp. Neee. Hallo. Die Schampern. Noch mehr. Genau. Dies hier. Und die hier. Yay. Sie retten Wettbewerb. Eine Trainingstrecke mehr. Find ich gut. Die Strecke ist schön in einem guten Zustand zu sein. Schön. Da können wir sie bald ausprobieren. Ich muss noch eine schnelle Nachkontrolle machen. Dammit. Okay. Nein. Genau dann war noch ein Horst mit dem Hüchermeister den wir angenehm haben, oder? Schnell fährt. Schnell, 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 Schnell ... Funny. Hepp. owner Fr. Find ich nicht mehr raus. So, jetzt schauen wir noch mal. So. Da unten, wenn er kommt, ne? Bla 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 bla. Einige Spuren. Wir können noch lösen. Ich suche einen Spuren am Südstrand der Labyrinthküste. Süden ist da. Genau hinter der Brücke zum Fester. Ops. The fuck? Was zur Hölle war das? What the hell was der? Huh? The fuck? Okay, dann werde ich hier nochmal nach Gildenhins zurück eilen. Und die Stelle so hoch und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Okay.